Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part, Pokémon Diamant. Ja, beim letzten Mal sind wir hier auf dieser kleinen Insel mit einem Haus stehen geblieben. Das glaube ich, Lieblings-Pokémon-Wei-Retter, äh? Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Typ ist. Äh, hast du irgendwas zu sagen? Hey, konnichiwa, buon gianno, Trainer. Ich bin The Master. In der hiesigen Sprache will man mich wohl Handwerker nennen. So in etwa, nenne es paar, keine Ahnung, komprennte? Ich rieche es. Irgendwas ist an dir. Zweifelsohne. Du liebst die Pokémon genauso wie ich. Das ist maravilloso, wat? Nee, Deutsch, Junge. Also, lass uns Folgendes machen. Ich erweitere deinen Pokédex, damit du die Beschreibung der Pokémon auch in anderen Sprachen lesen kannst. Je suis désolée. Leider geht das nicht für alle Pokémon. Geht nur für Pokémon aus Ländern, die ich, The Master, besucht habe. Und kann ich deinen Pokédex mal sehen? Ah, an diesem Ding hier ziehen, an dem, die, äh, an dem da rütteln und fertig. Du kannst dich jetzt über The Masters Lieblings-Pokémon in anderen Sprachen informieren. Isn't it marvellous? Ah ja, okay. Brauche ich es nicht so wirklich. Zumal ich neben Englisch eigentlich gar keine anderen Sprachen kann. Das ist das Problem, ne? Schutz wirkt nicht mehr, das glaube ich nicht. Wirkt der Schutz einfach mal nicht. Das glaube ich aber mal nicht. So, da unten war noch ein Trainer. Den wollen wir natürlich auch noch klatschen. Äh, ja, das war ja halt ein bisschen überraschend, was, äh, mit diesem Typen hier. Aber, äh, ja, was soll's. Und ich muss hier gerade mal ein bisschen was mit der, ähm, Lautstärke bei mir aufdrehen. Weil ich höre so wenig vom In-Game-Sound. Das ist ein bisschen irritierend manchmal. Wenn man hier das Bild hat, aber sich selber überhaupt nichts hört von, also von einem sich sehr... Bäh. Von einem im Spiel nichts hört. So. Aber ist ja auch eigentlich komplett Latte. Wir sollten eigentlich auch bald beim Erholungsgebiet ankommen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus und, ähm... Jo, endlich mal ein Pokémon-Center. Und neues Gebiet. Yay, da haben wir sogar alle drei, äh, Gebiete gesehen. Ich glaube, da haben wir sogar fast einen Rundgang gemacht. Und dann, ja, gehen wir noch ins Wüßengebiet. Dann zum Karlberg. Und da sind wir soweit eigentlich hier auch mit fertig. Und dann können wir eigentlich mit den Events anfangen. Jo. Ähm, Pokémon-Top-4-Rematches gibt es hier in diesem Spiel, glaube ich, nicht. Also man kann schon, äh, gegen die Top-4 nochmal kämpfen. Aber da ändert sich nichts. Auch vom Level oder von den Pokémon her ändert sich da nichts. Das gab es dann erst im Platin mit den Rematches. Was ein bisschen schade ist, aber was soll's. Kann man eben nichts dann ändern. Und, ja, von daher wird's da also auch keine Rematches geben. Sondern das Einzige, was eben noch, ähm, nach diesen Arealen hier kommt. Nach den ganzen Gebieten, die wir noch erkunden können. Ist wahrscheinlich, ähm, also es sind die ganzen Events. Die werden wir noch machen und danach... Ja gut, die ganzen Legis werden wir natürlich noch fangen. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Mehr haben wir dann eigentlich nicht mehr zu tun. Wie gesagt, die Events und die Legis. Und dann war's das. Achso, genau. Einen Ort können wir natürlich noch erkunden. Nämlich da in der Siegestraße. Oh, ne, hier geht's schon zum Kahlberg. Da wollen wir noch nicht hin. Wie gesagt, erst mal hier hin. Das ist eigentlich die Frage. Machen wir das? Mit diesem Gebiet in der, äh, Siegestraße? Ja klar machen wir das, aber wann ist halt die Frage. Wann machen wir das? Ich könnte das... Oh, das ist ein Kampftrainer, okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber gut. Wann machen wir das? Machen wir das vor dem Kahlberg, äh, Kahlberg oder nach dem Kahlberg? Auf welchem Level waren das alles? Ich glaub, das war auch mit dem Event verbunden. Weshalb wir möglicherweise auch das Event, ähm, damit kombinieren könnten. Und dann, ja, naja, ich weiß es nicht. Wie machen wir das? Ähm, gute Frage. Frage, nächste Frage, aber ist ja auch eigentlich gerade mal egal. Das entscheiden wir dann einfach mal später. Könnt ihr ja auch gerne ein paar Vorschläge machen, wenn ihr möchtet. Wie wir das machen sollen, wie wir das nicht machen sollen. Bleibt einfach mal euch überlassen, also mit euch überlassen. Ich denke mal, ich werde mir da auch noch ein bisschen was überlegen. Äh, Mankey, da kann mal Skyrider rein. Und, ja, da werde ich mir mal ein bisschen was überlegen. Und dann werden wir mal schauen, wie wir das machen werden. Na ja, ähm, ja. Worüber könnte man ansonsten reden? Außer, dass wir jetzt gegen einen Sack-Pokémon kämpfen, weil Makuhita... Joa, diese Schlaufe da oben sieht aus wie bei so einem, äh, zugebundenen Sack. Müllbeutel oder whatever. Diese kleine Schleife da. Joa, Makuhita ist schon ein interessantes Pokémon, ne? Na gut, ähm... Das ist auch so eine Sache, ich sag immer, ähm... Ich muss mir das mal abgewöhnen. Immer wenn ich, ähm... Ja, schon wieder... Immer wenn ich etwas Neues anfange. Oder überlege, was ich sagen soll, sag ich immer... Hm, ähm... Aber ich glaube, da hat jeder so seine kleinen Tics. Was er da immer so sagt, das... Regt mich jetzt auch nicht auf. Und ich merke es ja selber. Aber... Ist schon eine interessante Sache, ne? Jeder hat da so seine eigenen Sachen. Die einen sagen so, die anderen sagen, ähm... Und so weiter und so weiter. Naja. Nun, worüber könnte ich mal so ein bisschen reden? Ich könnte vielleicht ein bisschen was... Über meinen Tag erzählen. Oder sonst irgendwas. Ist ja auch so eine Sache. Ich hab ja euch mal gefragt. Ähm... Ob ihr mir ein paar Themen... Nennen könnt. Über die ich mal reden soll. Kamen bisher jetzt keine Vorschläge. Deshalb muss ich mir immer selber was aus dem Ärmel zaubern. Was mir in der Zeit irgendwann ganz schön anstrengend werden kann. Wenn man nicht so ganz weiß, was man nun sagen soll immer. Gerade jemand wie ich, der mehr oder minder gut im Labern ist. Beziehungsweise Smalltalk. Beziehungsweise Smalltalk. Weil das liegt mir eigentlich überhaupt nicht privat. Ist auch immer so eine Sache, ähm... Wenn ich... Ja, mit Freunden oder so unterwegs bin. Oder... Ja... Klar, an der Schule oder sonst was. Da klappt es zwar teilweise schon. Weil man eben auch nicht alleine ist. Aber ich bin teilweise echt schlecht, was... Themen selber... Ja... Ein Smalltalk anzufangen. Bei sowas bin ich echt schlecht. Das ist... Joa... Nicht immer so optimal, würde ich mal sagen. Ich meine gerade, wenn man mal mit irgendwem Neues reden will. Also wenn man irgendwelche Leute kennenlernen möchte. Oder... Joa... Selbst bei Freunden oder so. Wenn man da immer derjenige ist, der dann erstmal so... Hm... Was könnte man jetzt so erzählen? Schönes Wetter oder heute, ne? Äh... Es ist am Regnen. Ja, schönes Wetter, ne? Oder so ähnlich. Das war jetzt natürlich ein bisschen spitz übertrieben. Aber egal. Ähm... Was können wir hier? Skunt... Äh... Skuntan. Genau. Knarkrack. Knarkrack, du hast dich ganz schön verändert. Und irgendwie stinkst du auf einmal. Woher kommt das? Nein, ich beleidige meinen, ähm... Knarkrack nicht als Stinktier. Auch wenn man Stinktier cool ist. Ich mag Stinktier und echt. Solange sie eigentlich an... Äh... Stinken. Aber gut. Ähm... Ja. Einfach mal, um ein bisschen was abseits von dem ganzen Gedöns hier zu erzählen. Weil ich meine, die ganzen Sachen hier sind jetzt sowieso so oder so nicht wirklich interessant, würde ich mal sagen. Kann ich ja mal ein bisschen was darüber erzählen, was, ja, so die Woche war. Ich muss auch sagen, die letzten Videos von mir haben mir jetzt nicht sonderlich gut gefallen. Einfach auch vom Commentary her und allem möglichen. Die letzten Videos, also zumindest Pokémon, weil die anderen hatte ich meistens schon am Wochenende eben aufgenommen. Pokémon jetzt eben nicht. Und ja, die ganzen Pokémon-Videos, die ich jetzt so die letzten zwei, drei Tage aufgenommen habe. Da muss ich sagen, die sind mir mehr oder minder gut gefallen. Einfach, weil... Ja... Ich weiß auch nicht. Ich war... Einfach... Wieso setzt du Durchbruch ein? Du bist ein Wasser-Pokémon! Meine Güte! Warum setzt du keine Wasser-Attacke ein? Ich muss es nicht verstehen. Und warum kämpfe ich hier nicht mit Knarkrack? Das hat hier in Sandsturm den übelsten Vorteil. Wegen seiner Fähigkeit und wegen seinem Typen. Er hat Knarkrack hier einen gewaltigen Vorteil, aber gut. Jetzt weiß ich... Achso, genau. Video. Ähm... Ja, ich war die letzten Tage einfach mehr oder minder gut drauf. Ah, jetzt kommst du mit einer Psycho-Attacke. Ist klar. Ich war die letzten Tage einfach müde. Ich war kaputt. Also körperlich ein bisschen kaputt. Mir tut mit hart alles weh. Teilweise... Ja, heute Morgen, wo ich auf dem Weg zur Arbeit war. Meine Beine haben gebrannt wie sonst was. Also es war schon so ein kleiner stechender Schmerz, also in den Beinen. Das hat eigentlich da schon angefangen, wo ich da... Am Dienstag war das, glaube ich. Ähm... Ja, der Bus hatte da Verspätung gehabt. Und... Ich musste dann eben... Ja, früher raus. Weil... Ja, der Bus eben Verspätung hatte und ich es ansonsten nicht geschafft hätte. Und ich musste dann... Wie viel Zeit hatte ich da? Knappe... 20 bis 30 Minuten. Also zeitlich passt das locker. Das ist eigentlich jetzt kein Problem mit. Aber... Ja, der Bus hatte wie gesagt schon Verspätung. Und da musste ich mich dann eben auch ziemlich beeilen. Und der Weg ist schon relativ weit. Also ich musste meistens schon mal so gute 2 Kilometer... 2 bis 3 Kilometer zu Fuß laufen. Was ja auch schon mal nicht wenig ist. Also würde ich jetzt rennen, würde ich das wahrscheinlich schon... Ja, gut. Für einen Kilometer brauche ich vielleicht 3 Minuten. Hätte ich eine bessere Ausdauer, aber wahrscheinlich sogar ein bisschen schneller. Schützer? Okay, damit können wir einen Lizaros entwickeln. Wenn man ein Lizaros das Item gibt und dann es tauscht... Dann entwickelt es sich zu Rihornioa. Ist da oben was? Ah, egal. Nein! Schutz wirkt nicht mehr. Oh, cool. Ein Tusker. Hallo Tusker, ich mag dich. Im Anime warst du ganz cool. Der wird 23, okay. Ähm, ja. Und der Weg ist eben... Wäre relativ weit. Ich muss dann dazu noch einen ziemlich steilen Berg runterlaufen. Und es zieht sich wirklich stark. Und wenn es dann teilweise noch kalt ist, beziehungsweise glatt, dann ist der Weg echt scheiße. Ah, hier, äh, lohe Kanonade, ähm, Aquahaubitze und... Fauna-Statue, die Attacke wurde, glaube ich, sogar in... Sonne-Mond vom Namen her geändert, weil Fauna ist ja... Äh, die Tierwelt und die Attacke soll ja eigentlich die Pflanzenwelt darstellen. Also heißt die, glaube ich, jetzt Flora-Statue, meine ich zumindestens. Kann mich natürlich auch irritieren, weil ich habe jetzt schon lange kein Puma und Sonne mehr gespielt und, ähm... Hab die Attacke sowieso nie genutzt. Gut, vielleicht mal damals ein Feuer Rot, wo ich mal ein Glurak, ähm, lohe Kanonade beigebracht habe. Einfach, weil ich gedacht habe, hm, cool, eine starke Attacke, bring mir mal bei. Inzwischen weiß man natürlich, dass die Attacke, ja, es gibt Besseres. Allein schon, weil das Puma sich halt immer aufladen muss, ist das ein bisschen suboptimal, aber egal. Ja, und der Weg ist dann eben ein bisschen scheiße. Und man hetzt sich dann erstmal so richtig, äh, ab bis zur, ähm, Arbeit. Und bis man dann bei der Arbeit ist und, ja, man dann eben schon ein bisschen ausgepowert ist. Von den Beinen her und all. Und man dann eben nochmal acht Stunden, ähm, auf der Arbeit rumhockt. Wo man dann eben auch die ganze Zeit rumlaufen muss, ähm, ja, körperlich eben arbeitet und die ganze Zeit eben steht. Außer mal in der Pause. Oder wenn ich, ja, wir haben ja mehrere, ähm, PCs. Also mehr oder minder PCs. Sind halt so Server. Weil bei uns ist eben alles mit dem Server verbunden. Das sind keine richtigen PCs, das sind so Mini-Dinger da. Die teilweise kleiner sind als ein Laptop. Na gut, die sind vielleicht so groß wie ein kleiner Laptop, aber egal. Wirklich gut funktionieren tut da sowieso nichts, also... Die AT bei uns ist ein bisschen scheiße. Oh Mann. Ich will keinen Pokémon aus der Trümmer dabei bringen. Also die IT-Abteilung, mehr... Mehr oder minder gut, würde ich mal sagen. Aber gut. Was soll man machen, ne? Ich kann da leider selber nicht viel zu ändern, weil ich bin eben nicht mit der IT verbunden. Deshalb kann ich da eben auch nichts machen, selbst wenn ich es könnte. Weil ich brauche da eben auch Zukunftsrechte für die, äh, Server. Und die habe ich leider nicht. Komm, Knarkrab und Skyrider ist doch eine gute Kombination, würde ich mal sagen. Für einen Doppelkampf. Und, ähm, ja. Das macht einen dann schon mal ein kleines bisschen körperlich kaputt. Leider, aber... Ja, und... Dann war ich eben auch noch die ganze Zeit übelst müde. Ich habe sowieso einen komischen Schlafrhythmus. Ich habe auch Probleme manchmal richtig einzuschlafen, also... Ich habe Anfang der Woche extremst lange gebraucht zum Einschlafen. Einfach, ja, ich wusste nie, wie ich richtig liegen soll. Dann, ähm... Ja... Habe ich eben die ganze Zeit rumgewälzt mich im Bett und, ähm... Habe erstmal auch, ja, ein bisschen im Kopf eben, so im Geiste ein bisschen was über... Dies und das nachgedacht. Auch teilweise ein bisschen über YouTube eben. Und auch auf, äh, über Twitch, was ich da so nun immer mal machen soll, kann, whatever. Aber... Und... Das kennt ihr vielleicht, wenn man einschlafen will und dann auf einen... Äh, auf einmal zig Gedanken im... Geiste sich ansammeln. Das ist dann... Ja, nicht ganz so optimal, wenn man schlafen möchte. Ursa-Ring, okay. Und ja, da habe ich dann eben erstmal übelst lang gebraucht, immer zum Einschlafen und... Dann ist man natürlich auch müde, ist ja klar. Man will schlafen, aber kann nicht. Das ist immer scheiße und... Ja, dann kam es eben körperlich kaputt, du bist müde und dann ist deine Motivation und all eben auch teilweise im Keller. Und ja, ich habe mich eben vor kurzem auch noch an den Kopf gestoßen gehabt und... Danach war sowieso mein ganzer Kopf hier nur noch Brei und da habe ich dann eben auch nur noch ein bisschen Scheiße gelabert. Tue vielleicht auch immer, vielleicht auch momentan, aber... Ich würde sagen, momentan geht es noch ein bisschen besser als die letzten Parts. Aber gut. Ich würde sagen, so langsam geht es. Jetzt habe ich auch Wochenende. Also, ja, jetzt ist eben Wochenende. Samstag und Sonntag kann ich auch schlafen und... Das werde ich auch machen. Ich möchte jetzt auch am Wochenende noch mit Bioshock zu Ende werden. Also, ja, zu Ende aufnehmen. NSMBU wird wahrscheinlich noch ein kleines bisschen länger dauern. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Da würde ich sowas sagen... Ja... Da werde ich wahrscheinlich morgen oder am Sonntag noch ein bisschen was aufnehmen, aber... Da habe ich es eben so geplant, dass ich die ganzen Sternenmünzen, die ich noch, ähm... Suchen muss. Die eben noch anstehen. Die werde ich dann wahrscheinlich, ähm, alles in einem Part machen. Wo ich dann eben das alles auch an einem Stück aufnehmen werde und dann zurechtschneiden werde. Natürlich auch ein bisschen kommentiere, aber, ähm, da werde ich dann eben nur das reinschneiden, wo ich die, ähm, Sternenmedaille finde. Also, so dass ich eben nur zeige, wo die sind und, ähm, wie man die bekommt. Aber das werde ich mal schauen, wie ich das genau machen werde. Das weiß ich momentan noch nicht genau, aber das werdet ihr ja dann sehen, wenn es soweit ist. Ich denke mal, mit NSMBU wird es dann, ähm, Sonntag oder Montag weitergehen. Auch wenn ich da jetzt noch nicht sagen kann, wie viele Parts ich jetzt so am Wochenende noch davon aufgenommen bekomme. Weil, ja, es steht eben noch ein bisschen was an. Wie gesagt, Bioshock will ich noch aufnehmen. Das wird wahrscheinlich noch zwei bis drei Parts gehen. Allerhöchstens vier, also mehr wird es nicht sein. Das will ich auf, an diesem Wochenende auf jeden Fall noch fertig aufnehmen. Und ich meine, so ein, zwei Stunden maximal wird es sowieso nur gehen. Und das sollte man eigentlich, ähm, ja, dieses Wochenende noch geschafft bekommen. Ja, komm, gegen den Zischot da, ähm, kann man auch mal Skuntank wieder reinschicken. Das kann ja mal nicht schaden, dann kann Skuntank auch mal wieder glänzen. Mehr oder weniger glänzen. Und, ja, das ist so das, was ich jetzt noch so an diesem Wochenende geplant habe. Am Sonntag wird es dann wahrscheinlich wieder einen Stream geben. Ich denke mal, das werde ich jetzt immer so machen, dass ich Sonntags streame. Weil, ja, Samstags und Freitag... Also Freitag sowieso... Entschuldigung. Freitag sowieso nicht, weil, ja, Freitags... Teilweise habe ich ja da auch bis 17 Uhr. Und dann habe ich, denke ich mal, wenig Lust noch, äh, zu streamen. Samstags nehme ich eigentlich immer, ja, die meisten Videos auf. Von den Projekten, die ich eben so am Laufen habe und... Da habe ich dann eben nicht mehr so die Zeit dafür. Und Sonntags nehme ich eigentlich in der Regel höchstens noch Pokémon auf. Und von daher... Also, für den Montag dann eben. Und von daher sollte das da eigentlich machbar sein, dass ich dann am... Sonntag immer mal streamen kann. Ich denke mal, immer so ab 16, halb 5... äh, 16 Uhr bis halb 5. Irgendwo so da um dem Dreh werde ich dann immer streamen. Wie lange dann immer... Ja, werden wir mal schauen. Was ich da so, ähm... Ja, was ich da so finden lässt. Ich sage ja sowieso immer, nur so lange, wie ich auch Lust habe. Länger mache ich nicht. Und da ich halt montags immer arbeiten gehen muss, werde ich wahrscheinlich auch nie länger als 9 Uhr streamen. Aber ich denke mal, so 3 Stunden in etwa sollten eigentlich auch reichen. Das war ein Spinner, genau. Okay, kommen wir vorbei und dann können wir noch ins Erholungsgebiet. Und hier machen wir, denke ich mal, jetzt auch erstmal Schluss. Der Part ist auch nun lang genug. Ich habe jetzt eigentlich auch so das Wichtigste erzählt. Und von daher... Ja... Seid ihr da nun auch halbwegs auf dem neuesten Stand und... Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in dem nächsten Part wieder dabei sein werdet. Ja, wenn wir wahrscheinlich entweder in der Siegestraße weitermachen. Oder Richtung Karlberg uns aufmachen. Und natürlich erstmal hier im Erholungsgebiet uns umschauen. Ja, bis dahin. Ciao, ciao Leute.